Willkommen bei den Radiopiraten. Wir ändern die Sendefrequenz. Heute mit einem C-Business von BMW. Radio. In den letzten zwölf Monaten. Wir können selbstverständlich Kassetten abspielen. Seitenwechsel. Und natürlich Spulen und so weiter. An das Radio kann ein MP3-Play angeschlossen werden. Über diesen 3,5 mm Klickenstecker. Umgeschalten wird es bei dem Radio über die CR-Taste. Wir können ja jederzeit von Radio auf AUX und umgedreht und her schalten. Zurückgeschalten wird über die Dolby-Taste. Und in den AUX-Betrieb kommen wir mit der CR-Taste. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Und natürlich kommt dieses Radio auch Bluetooth, also drahtlos. Umgeschalten wird Bluetooth auch über die CR-Taste. Bluetooth und Radio können auch hin- und hergeschalten werden. Zurückgeschalten wird über die Dolby-Taste. Und in den Bluetooth-Betrieb zurück über die CR-Taste. An diesem Radio wurden auch noch Vorverstärker-Ausgänge nachgerüstet. Zum Anschluss eine Externenstufe. Vielen Dank fürs Zuschauen.